Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part, Kingdom Hearts Birth By Sleep. Ja, dann wollen wir mal weitermachen. Ich gucke mal kurz ein bisschen was rum. Ich habe nämlich eine kleine Pause gehabt. Ähm, ja. Oh, okay. Aha. Wir haben doch noch mal ein paar mehr und dann würde ich tatsächlich mal Feuer reinpacken. Das wäre ja mal gar nicht so schlecht, wenn wir die mal ein bisschen leveln würden. Genau, wir sind hier gerade, diesmal wirklich bei Donröschen angekommen. Deswegen einmal kurz umgucken, was haben wir denn hier? Oh, ja gut, dann, ähm, Schlaf. Ja, das passt natürlich super hier bei Donröschen. Das ist natürlich, äh, ne? Okay. Bye. Ich bin normal. Okay, hier ist nichts. Ziemlich trostlos hier, ne? Äh. Ich muss mich erst mal mit in die Störungen reinfinden, ähm, okay. Ach, ich hätte mal Feuer benutzen können, ne? Ah, hier, warte, hier. Ja. Wir müssen hier die... Leveln. Ach, komm. Nur weil er nicht mehr anmessiert ist, ne? Kann das sein? Oh, ein Superbrand. Finde ich super. Äh, hier kommt wieder Feuer. Nein. Oh, okay. Oh, okay. War er endlich mal ein anderes Moonstack? Das ist ein bisschen klar. Hat er so. Wieder frei. Oh, okay. Eww. Ah ja, okay. Die sind verschwunden. Schade, die verschwinden ja in den Bier, äh, nach einer gewissen Zeit. Aber hey, wir werden noch genug, äh, wir werden da noch genug Gegner haben, dass sich das dann wieder, ne? Auspendelt. Wir müssen ja nicht alles einsammeln. Das ist ja meistens eh nur Dings hier, ne? Nur in den Münzen sind wir dann immer so ein Ziel. Wenn man die Taler dann verpasst, ne? Okay. Okay. Ja, so, die haben wir ja jetzt dabei, war die erste, äh, nicht vorher die erste Sachen, äh. Ja, das ist ja auch so. 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 Sehr schön. Ah ja, okay. Hab ich mir schon fast gedacht. Wir müssen irgendwo hier noch die, äh, Dingskarte finden. und das wird ja noch lustig wer bestimmt irgendwann mal hier das wäre es hier irgendwie was brauchen damit wir hoch können aber ich habe ja schon wahrscheinlich ich habe ja auch schon ging schnell Wie gesagt, da hatten wir ja auch so einen, der war ja auch so weit oben. Muss ich mal proben, ja. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Man kann ja auch immer wieder zurückkommen, also solange ich die Geschichte nicht durchzocke, also ganz komplett durchzocke, können wir ja auch immer noch wieder zurückkehren. Ja. Ah. Oh, okay. Dann let's go. Und so wichtig ist dann hier auch nicht. Ähm. Ich halte mich nicht wieder ein. Vielleicht ja so. Weil wir sind ja auch ganz schön mit, äh, geflogen waren. Ähm. Vielleicht gibt's ja irgendwie diese, äh, Möglichkeit, äh. Äh. Oh, okay. Ich hab's gerade schon mal ohne wechselt. Na dann. Ah, ich weiß auch nicht. Das, das ist halt einfach auch ein süßes Spiel. Und mit jeder Menge Nostalgie verbunden, ne. Es ist halt grafisch jetzt nicht so auf, wenn die Verzeihung noch etwas älter ist, ne. Ist dann ein bisschen aufpoliert worden. Oh, sorry, wieder Verstands. Ähm, ja. Ne. Aber es ist halt immer trotzdem noch so schön. Ah, ne Karte. Jetzt haben wir's endlich. Ne. Ach ja. Okay. Dann wollen wir mal speichern. Ne. Aber es wird noch besser. Ich mein, das war ja auch hier PSP-Port. Also es war damals für die Playstation-Portable, äh, gemacht, ne. Also es sind nicht alle älteren Teile auch hier in der, äh, Remaster-Version. Und ich hatte, ähm, ja, nur so in der Art, wie es hier ist. Nur, äh, Playstation-Portable war halt auch gut. Da war halt auch nicht so viel, äh, Möbelkeit gelockt, damals. Ne. Ist ja wie mit, äh, anderen handheld Games auch. Was ja so eine gewisse Limitierung, an die du dich halten musst. Ähm. Ne, weil, tja. Ist halt was anderes, als, ähm, wenn man jetzt hier für die Play-Session, ne, wo man dann halt auch ein bisschen nach Klapp passen soll, ne. Super programmierend. Andere Zeit, anderes Gerät. Ne. Naja. Okay. Also ich bin's trotzdem cool, dass ich's halt nicht groß spielen kann. Na ja, passt schon. So, dann geht mal her. Noch ein Heiltrag. Haben wir schon lange, aber ich noch nicht gebraucht, oder? Aber es kommt bestimmt noch irgendwann. Da kommen wir her, und... Alles eng gesammelt, ja. Oh, da oben kommen wir bestimmt noch nicht lang, da hat, äh, Maleficent was hingemacht. Oder die Fäden machen das gleich weg. Ist natürlich auch unmöglich, wenn du guckst, ob du eine Tiste bist. Nein. Keine Truhe für mich. Okay, dann, ähm... Hilft mir mal. Ich komm hier leider nicht weiter ohne euch. Ich hab's doch gewusst, dass die das sind. Wow, das ist ein krasser Szenenwechsel gerade. Aber ich hab gewusst, dass wir durchkommen. Ganz trostlos, so ne Musik, ne? Aber wir kriegen das noch hin. So. Glaubt man gar nicht, dass Terra irgendwie was damit zu tun haben könnte, ne? Aber, wie gesagt, das werden wir alles noch aufhören, wenn wir seine Story spielen, ne? Da, äh, sehen wir dann seine Sichtweise und, äh, wie das alles dann zustande kommt. Ne, Ventus ist halt, wie gesagt, der, der am wenigsten weiß, wo die meisten Fragen aufgeworfen werden. Ne? So. Okay, kann er weiter in den Gegner? Doch hier. Okay. 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 Na ja, wir spielen doch auf Einfluss. Na, sieh. Nein. Nicht jetzt. Hab ich hier noch was? Ich mein, ja, die Feuerspons geht gleich weg, äh, ich weiß. Werden wir aber bestimmt noch mal irgendwann, äh, verwenden. Aber ich will halt auch alles mitnehmen, ne? Ah ja, hier. Ich hab's doch gewusst, hier muss doch irgendwas haben. Dann komm ich noch nicht hin, ne? Dann komm ich noch nicht hoch, oder? Dann komm ich da von der anderen Seite. Weil wir dann da rumgegangen sind, ne? Ja. Okay. Ne, hier ist nichts. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Ja, 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 okay. So gut ist, wenn da noch so viel, äh, nichts zu machen. Geht ja. Auch so funktioniert das wunderbar. Ach, der ist ja. Ne. Kommt, gib ein Ja. Naja. Naja. Wir werden das schon noch irgendwann mal, äh, effektiv nutzen. Wieder. Irgendwie. Tja. Wie der Gegner. Ach nein, wirklich? Naja. Naja. Tja. Wär besser für dich gewesen, wenn sie eingeschlafen werden. Ach nein, wirklich? Ach komm. Tja. Tja. Okay... Ich würde sagen, die sind besiegt. Ja, dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Und nehmen wir die ganzen Kisten mit, die hier vielleicht eventuell rumliegen könnten. Wenn die Kamera es zulässt. Genau, von da sind wir, glaube ich, gekommen gerade und dann können wir hier... Oh, hier ist der Burghof, okay. Hier ist ihr Thron. Also sind wir von da gekommen, wir müssen jetzt hier lang. Ja, hier müssen wir hin. Immer zu den Fragezeichen. Ähm... 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 Ach so! Ja, ja, das war mir klar. Ach so, wir haben überhaupt Geld. Ähm... Hier nicht. Okay. Das ist in Ordnung. Ja... Ja... Ach guck. Ja... Ja... Okay, hier haben wir den Roten. Mal kurz gucken. Hier ist nur er, ne? Also hier ist kein weiterer Weg, den ich mir irgendwie hier ver... Okay. Muss man ja mal gucken, ne? Ob man irgendwie noch andere Hütte kriegen kann oder halt, äh... Dass dann doch der einzige Weg ist. Ja... 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 Okay... Okay... Ich will ja noch nicht weiter, ich will hier noch die ganzen Schätze mitnehmen. Ich glaub ich hab nämlich die Möglichkeit hier die Schätze mitzunehmen, ne? Okay, dann müssen wir weitergehen. Erstmal. Erstmal. Gib mal her. Wir haben beide Zeeling und, äh... Ne. Das geht ja sowieso. Was? Ich hab mir zwar noch nichts von dem Shop geholt, aber... Vielleicht später. Naja... Oh mein, stört mich beim... Noch. Hat die das deine Mutter noch nicht beigebracht? Okay, warte. Ich bin grad am überlegen, wie ich da hinkomme. Ja... Nee. Wo komm ich denn da hin? Darauf springen bestimmt nicht. Ich geh mal weiter, vielleicht komm ich da später drauf. Oder vielleicht tatsächlich mit dem Wind-Dings, äh... Von daher sind ja viele Gegner, also könnte man's eventuell auslösen. Okay, ähm... Okay... Die erste Truhe... Ja. Ja! 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 Wins! Wins! Ja! Die erste Truhe. Ja! Das ist nicht dran. Ja. Ah, okay, dann brauchen wir jetzt das Buhne. Okay. Okay, jetzt ist nüch. Ah ja. Sehr aufmerksam von dir. Ja, jetzt brauchen wir es gerade nicht, aber so wissen wir. Okay, jetzt ist nüch, aber hier. Hab ich jetzt wirklich alles mitgenommen? Also, von den Truhen her, meine ich. Ich glaube schon, ne? Ich meine, da führt jetzt kein anderer Weg weg. Okay, dann weiß man immer Bonus. Wie gesagt, es klang her und ich hab's halt auch nie wirklich durchgespielt. Und dann hat man ja auch mal weitergereicht, dass jemand anderes mitgespielt hat und so, ne? Und dann saßen an einem Spielstand fünf bis sechs Kinder, die da irgendwie versucht haben, sich durch die Story zu spielen. Irgendwie sowas. Wie ist der aber so abrief, ne? Ey, da hat er die Konsole und der Rest hat ja auch mal gespielt. Okay. Okay, ich geh mal da runter. Okay, grant's. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ah Ja. Oh ja. Ich geh mal da runter. Oh ja. Ich habe doch hier gerade noch jemanden gehört. Nee, hier kommen wir nicht ohne. Nee. Walljump-Werken. Oh, Fragezeichen. Die waren wir noch gar nicht. Ah, und da hinten... Hatten wir die nicht schon? Nein, anscheinend nicht. Okay, hier kommen wir nochmal von der anderen Seite, äh... quasi da hin. Oh, ich habe noch jemanden gehört. Ich habe einen Schaden. Ja, das ist nicht so. Oh, das ist noch gar nicht. Ne. Hat leider nicht so funktioniert, wie ich das gerade wollte. Wir sind eigentlich hier lang. Ich will nur mal gucken. Hier ist nichts weiter. Okay. Dann nicht. Hätte ja sein können. Vielleicht ist das was mit den einen von den anderen Terror oder Aqua. Was ist da oben noch? Da komme ich jetzt aber nicht dran. Ich würde gerne da dran kommen. Ich meine... Oh. Extra für mich. Naja, eine Truhe ist jetzt wohl nicht so schlimm. Vielleicht gucke ich da auch später mal nach. Okay. Nein, lauf, lauf, lauf. Wente ich. Ach komm. Wirklich? Okay, ich glaube, das war auch das. Was? Ach Gott. Ja. Schwerfurt ist wieder Feuer, allerdings. Verdammt. Ich hätte mal Ero nehmen sollen, ne? Ich geh jetzt aber weiter. Ich hab gedacht, vielleicht mit dem anderen tritt ich es hin, aber... Hier kommen wir jetzt auch wieder gegen nach. Wenn ich da bin, ist halt eher wieder weg, ne? Ah, gut. Dann soll es halt da nicht sein. Ja, hier aber wieder. Hier ist dann auch wieder Platz. So, eine Gap, genau. Ach, okay. Oh, warte mal. Kann auch sein, dass das hier... Äh... Klar, die Farbe geändert hat, oder? Dann sind wir aber aus Versehen richtig. Finde ich super. Warte. Okay. Den Konfetti-Sticker haben wir. Äh... Das war hier, ne? Genau, Sticker-Album. So. Äh, hier. Hm. Vielleicht hier so? Naja. Ein bisschen was kriegt man ja dafür, ne? Es ist ja nicht so, als wenn man da irgendwie... Ist nur halt nicht so... Ja. Nö. Achso, okay. Hatte ich doch schon. Achso. Aha! Gucken wir mal ein bisschen, dass wir hier das ein bisschen wegkriegen. Ah. Also. Ja, okay. Dann hätten wir das. Oh, haben wir schon alle auf drei. Ähm... Okay, warte. Ich muss erstmal hier ran. Ähm... Dann würde ich sagen, nehmt mal kurz Feuer raus. Äh... Sturmlauf, ja. Feuer-Sturmlauf. Ich nehm den mal, ne? Oder? Ja. Nimm ich einfach mal mit rein. Okay. Tatsache. Fär nett, glaub ich. Ich habe... Ich habe... Sie war gerade bei Gelb rausgekommen, ne? Okay. Hier ist auch nichts. Sollte man hier den, äh... Genau. Wollte ich den Zian mal benutzen? Ja, ja, war klar. Wann wir gerade Feuer-Sturmlauf gemischt haben... Ist ja auch klar, dass wir dann Feuer-Sturmauf kriegen, ne? Ähm... Hier ist nichts mehr, ne? Okay, außer eine Katzi. Und eventuell gleich Malifacin. Die er gleich bestimmt aufkreuzt. Ja. Wir müssen bestimmt gleich gegen sie kämpfen, oder? Na, du kommst nicht so schnell weg. Ähm... Was? Ähm... Ähm... Die Prinzen sind alle etwas merkwürdig. Ich dachte, ich würde dich treffen, außerhalb von meinen Tränen, das ist. Wer bist du? Was ist dein Name? Hm? Oh. Mein Name. Wyatt's. Oh. Oh nein, ich kann nicht. Guten Tag. Ich muss dich sehen. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwann. Ja? Wann? Tomorrow? Oh nein. This evening. At the cottage. In the Glen. Ähm... Nicht nur die Prinzen sind merkwürdig. Nicht nur die Prinzen sind merkwürdig. Ah ja. Okay. Ah ja. Sollten wir hier erstmal abhauen? Ich wollte es gerade gesagt haben. Gleich kommt sie. Nein? Okay. Ich war voll der Überzeugung, dass wir noch gegen Dings kämpfen müssen. Gegen Maliface sind. Aber vielleicht kommt das gleich noch. Ja, da ist sie ja. Nein, nein, wie soll ich das können? Nein, wie soll ich das denn hinkriegen? Ich habe gesagt... Wie soll ich denn da zur Lage sein? Ach komm. Die Kieblade? Die Kieblade? Du musst bist Ventus. Huh? Wie soll ich mich... und die Kieblade? Tau. Okay. Oh, yeah. That's good. No, 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 no. Get away. No, 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 no. Oh. It's here. No. 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 Come on. Win. Win. Gotcha. This might be the top one. I can't help. No. Oh, boy. I can't help. No. I can't help. No. It's the end. Yeah. Run. Win. Gotcha. Oh. Oh, boy. Oh, boy. Okay. Oh, boy. Oh, boy. Okay, warte mal. Äh. Yeah. Come on. Nein! Und hier! Ok, das ist eine Chance. Ähm... Nein, 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 geh weg da! Ich kann nicht drehen! Voll gemein! Ich hätte mal besser aufladen sollen, ne? Hahahaha! Komplikation! Thunder! Thunder! Run! Run! Yeah! Freeze! No! Run! Deal! Oh, dare my command to break! Hopeless sleep shall never run! Run! Destroy them! Oh, come on! Oh, see? After! Yay! Ay, 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 ay! Wait a minute! Oh, come on! No! Oh, come on! 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 Wir können mal wieder was gebrauchen! Ähm... Fuck you! Uh... No! Lauf doch nicht nach Albu's gerade blitzge- Trottel! Brauchen wir wieder was für'n Gehling? Ah! 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 Komm schon! Dann werden wir wieder Deeling aufbauen. Sieh denn! Ja, ja, warte, 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 warte. Ääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää Nopo weh. Okay, ich hab sie beinahe. Das hat jetzt doch treffen müssen! Blöde Dings, ne? Manche Kämpfe sind hier aber auch, äh... Eieieiei, ne, also daaa... Pfff... Okay. Aber ich hab's geschafft. Fah, nicht wie. Ich hab keine Ahnung. Ich hab's geschafft. Aqua. Ja. Ah, ja. Aqua. Ventus. Aqua. Tja. The Master sent me. Huh? Then, let's go home. But Terra... Terra's not ready to leave yet. Like right now, he's leaving you behind. And by the time you catch up, you'll be a different person. Sorry, Aqua. But... I can't go with you. What? It's just... I have to find him before it's too late. Wann? Hier. Na dann. Die Reise soll ja auch nur nicht beendet sein, ne? Terra, where are you? Who knows? Awww. Awww. Kriegen wir noch ein Schlüsselschwert? Ach ja. Das wird auch noch lustig. Er. Er schon wieder. Wer denn sonst? Ach ja. Wohin's da wohl geht? So, genau. 78%. Äh. Wie viel halten wir hier? 92%. Und 71%. Äh. Wollte ich hier nochmal rein? Ja, ich glaub schon, ne? Komm. Lass uns nochmal nach Cinderella, äh. Hier. Die Welt besuchen. Und zwar... Da wir hier noch nicht alles haben... Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Irgendwo war was. Da hatte ich da... Ne? Ja, irgendwo ist natürlich was. Ähm. Da muss ich halt nur gucken, wo. Ich hab so einige, äh... Im Kopf aber, äh... Ja. Was? Dann können wir hier da mal kurz, äh... Ne? Hier. Nein? Wollen wir es denn? Wir ziehen gerne auf! Huch. Okay, warte. Hier. Das haben wir schon, ne? Genau. Ich glaub, hier waren wir auch schon oben drauf, ne? Was ist das denn? Nee, das habe ich ja noch nie gesehen. Aber wahrscheinlich ist es einfach Bosskampf, ne? Kann das sein. Da waren wir ja auch schon. Ja, da sind wir ja auch schon. Ich muss überlegen, ich muss nicht sein. Ja! Da die Linkes jetzt auch wieder aufgefallen? Da haben wir dann wieder, äh, nimm? Okay, warte mal. Okay. So geht's natürlich auch. So, das wollte ich eigentlich gemacht haben wieder. Da oben die Truhe haben wir, ne? Oh, warte mal. Nehmen wir auch mal mit. Ich bin ja süß, süß. So, wir packen alles ein. Okay. So, hier oben war ich aber, ne? Warte. Ja, warte, warte, warte. Einmal hier hoch. Genau, hier oben waren. Waren wir schon? Ja, ja, nee. Bleiben wir auf dem Ball. Immer schön auf dem Ball bleiben. Ähm, wohl am Ball. Hm. Hier war auch alles, ne? Auch beim Dings hier. Das da oben hatte ich definitiv. Das wäre ja rüber. Hm. Gute Frage. Vielleicht ja hier hinter. Irgendwo. Hier schon mal nicht. Okay. Okay. Nein. Zieh dich doch mal hoch. Vielleicht? Wie? 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 Diese blöde Kamera, ne? Das ist manchmal ein bisschen nervig. Ich möchte doch nur umgucken. Mensch. Das dauert immer nichts, ne? Einfach nur mal umgucken möchte ich mich. Also manchmal, ne? Ist auch nicht gerade, äh, erkundungsfreundlich hier. Kamera, pass mich die wohl, ne? So. Ich schlage mich trotzdem wieder rüber. Ja! Also Gewohnheit. Äh, ja. Komm. Wie war'n das? Eie. Wie gesagt. Schwierig, schwierig. Nein. Genau. Halte ich mal fest. So. Nein. Manchmal. Genauso hier oben war nichts. Ah, okay. Ich bin grad echt am Überlegen, wo das gewesen sein soll. Ich mein, ich weiß ja, dass hier irgendwo noch ein Raum hinter den Räumen ist, aber ich weiß nicht mehr wo. Oh. Oben war's nicht. So. Hier haben wir nämlich alles. Wie fahren das nochmal? Vielleicht doch da hinten? Vielleicht kann ich da oben nochmal hin. Hier war's nicht, ne? Na? Ne, ne. Das ist nicht mal in Ruhe. Einmal hinbekommen dann wieder. Wir. Mit dem Vater warum musst du dann überziehen? Weil wir ja schon ein bisschen drüber sind. Es hält auch schon ein bisschen her, ne? Long time ago. Ha. Ich beende erstmal den Vater. Ja. Finden wir es beim nächsten Mal raus. Wir sehen uns dann hoffentlich auch wieder. Bis dann. Bye. Khanna. Vielleicht. kinda. plea. Da, da, da. Da, 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 da. Das, ihr kriegt Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020